mit Scherl-Bowl ist ne nötig kleine TM ich hab meine fast meine ganzen TM's nein nicht wirklich ich habe auf jeden Fall die paar TM's lernen lassen nehmen wir Shadowborn zum Noob bei so Dr. Noob ähm da ist ach komm jetzt müssen wir nicht im Ernst auch gegen Carlos kämpfen mein ganzes Team noch jetzt Marsch ist Smokescreen wird wohl unsere einzige Chance an dieser Smokescreen weil ich nur noch Rockdude hab Tensität 5 mein Tensität Rerange ok ich hab verloren ähm supi ach komm greif doch einfach an du Idiot nein greif greif mein lol an mein Gott nur endlich und Carlos müssen wir jetzt aber nicht kämpfen oder hab ich jetzt aber gar keinen Bock mehr drauf komm nicht gegen Carlos aus ich schätze mal ich muss jetzt rein und wieder raus nö Carlos kommt gar nicht mehr wir können gegen Zell kämpfen um 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 noch mal dick ja komm noch mal dick ja in Donnerschlag geht ho man es detektet sich okay setz gerne ein mein Gott verdammt verdammt dann nicht so schlimm setzen wir jetzt gegen ein Tacko ja komm Tacko Surfer Bam Critical Hit Perfekt Absoul ja gegen Absoul hätten wir jetzt warum setzen wir jetzt Fake Out ein gegen Absoul hätte ich jetzt mein Dingens gut gebrauchen können mein Zerstörer der hat ja jetzt Durchbruch erlernt Surfer Oh es flincht Rockdude Oh mein Gott Rockdude ist verdammt overlevel ich heizig aus ich heizig aus ich heizig aus verdammte Scheiße verdammte Scheiße ich verliere schon wieder mal so gut jetzt kommt Crocone und ich hab mein Tacko nicht mehr ähm gerne hey ich hab ja noch mein Volk will das schläft Smokescreen 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 Boah komm das trifft aber nur noch das Mist wie aber lol Back Revive Tackle Back Super Potion Tackle Back Super Potion Revive Rockdude Back Revive Rockdude Back Revive So Okay Tackle Dann Fake Out Absorbe Dann werden wir es mal ganz qualvoll töten nein nicht töten nicht töten Pokémon sterben nicht besiegen 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 komm und das ist ständig ich mein dreimal Smokescreen dreimal ach komm ach komm das ist nicht schön das ist wirklich überhaupt gar nicht schön dann so wie jetzt doch groß Möglichkeiten für Quick Attack und es treibt es trifft bei dreimal Smokescreen trifft es wirklich ständig Headbot ich fasse es nicht ich fasse es nicht ich fasse es nicht dann würde ich mal sagen wir lassen diesen Kampf mal aus und eben gleich mal über Moment mal ich hab gar keinen Laub raus Brick 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 Bäm Cool Super Porsche ne von dem Kriegen wir doch glaub ich wenn wir so eine Nummer haben ein Wasser Stein ich bin ein Wasser Stein weil ich so einen brauche für meinen Tacho oh mein Gott ich hab's nicht getroffen ich setz dick ein ich setz nochmal dick ein hey dicker der Egen fällt weiter dann Stärke Kälbe siegt Kälbe siegt so kriegen wir eine ja wir wollen eine Nummer ok ja Nidoina dick und Bäm Double Kick Sollte uns jetzt ich glaube er stirbt im Boden Kälbe es war jetzt vielleicht nicht die beste Wahl hey lol trägt schon wieder ein Egen lol ähm dann kommt eben Rockdude Rockdude kann das auch regeln dann hat Bord erreicht das okay es ist geflincht dann Inten oh es schlägt es ist schon wieder geflincht oh und es hat schon aber naja yes jetzt Nidoino ein dann Densität 7 ja gut perfekt ach der was hat er gesagt ach er braucht glaube ich wie eine Mondstein hat er gesagt sieht so aus Dicklet Sanu probieren wir doch mal uns eine neue Attacke oh daneben ähm dann kommt Tekko der kriegt auch noch Intensität 10 ich fasse es ja nicht ob er ist das ist perfekt bei dem Regen bei dem Regen okay Surfer nicht wirklich schwer dieser Kampf Duck Trio ach komm Surfer gut und das erreicht Level 25 Furry Swaps ne nein oh nein ja so dann dann sollten wir mal ins Pokemon Center und ja dann würde ich mal sagen wir beenden hier diesen Part und sehen uns beim nächsten Mal wieder ja dann dann dann